Den für Red Bull, kann das sein? Nein, kann man nie für Red Bull. Ich habe auch noch nie mit ProSieben gesehen. Nie, es war nicht ProSieben. Ach doch! Ich weiß, wer das ist. Ich weiß, dass es war nicht für Red Bull. Was haben Sie auch für Red Bull? Was war das für ein Covershooting für den Neckern? Ich glaube, das hat sie. Sorry, we are talking here. A friend of mine had shooting, and she told me about it. So, this whole thing about, you know, to have a shot. Yes, yes, yes. Can I ask you in German? I'm sorry.